Werfen Sie einen Blick auf Xiaomi All-New Redmi Note 8er in der Box finden Sie das Telefon selbst. Einige Bedienungsanleitungen und eine grundlegende Schutzhülle. Ein 10 Watt Ladegerät mit Kabel und einem Cine-Jack-Tool. Redmi Note 8 mit einem 6,3 Zoll Dirt-Drop-Display mit Koning Gorilla Glass auf Vorder- und Rückseite. Es ist so gebaut, dass es dem täglichen Verschleiß vorbeugt. Der glänzende Rahmen und die hintere Abdeckung sind so gestaltet, dass sie unglaublich bequem in der Hand liegen. Der Fingerabdrucksensor befindet sich in der Mitte der Rückseite. Mit seinem subtilen Design fügt es sich in die Rückseite des Geräts ein und vermittelt den Eindruck einer unikarosserischen Rückwand. Ohne die Eind darüber hinaus verfügt das Redmi Note 8 über die Kampferzertifizierung TÜV Rheinland-i, die zum Schutz der Augen und zur Schaffung eines komfortablen Arbeitsumfelds beiträgt. Hier finden Sie vier Kameras, eine 48 Megapixel-Weitwinkelkamera mit ultrahoher Auflösung und eine 8 Megapixel-Weitwinkelkamera. 2 Megapixel-Makrokamera und eine 2 Megapixel-Tudiskamera. Die Quad-Kamera kann im Grunde alle ihre Bedürfnisse für die Fotografie befriedigen. Schauen wir uns nun an, wie gut sie sind. Warum sind 48 Megapixel für Sie wichtig? Weil es Ihnen mehr Details bietet als je zuvor. Durch die Kombination von 48 Megapixel-Sensor und Tiefensensor können Sie den Unterschied zwischen normalen und Ultra-Weitwinkel-Objektiven leicht erkennen. Redmi Note 8 im E-Hochformat-Modus können Sie schöne Hintergrunde und Schiffen erstellen und Spezialeffekte wie dynamisches Bokeh hinzufügen. Das Besondere an der Makrolinse ist, dass sie einen Autofokus von 2 bis 10 cm bietet, eine Funktion, die selbst bei wenigen Smartphones mit Makrolinsen nicht zu finden ist. Auf der Vorderseite befindet sich eine Megapixel-Selfie-Kamera. Darüber hinaus wurde auch die Red Minute 8-Selfie-Funktion aktualisiert. Es unterstützt jetzt Selfie, Panorama und Palm Shutter. Auf der Unterseite des Telefons befindet sich eine 3,5 mm Kopfhörer-Buchse neben einem USB-Seehafen, der eine 18-Watt-Schnellladung für den 4.000 mAh-Akt. Das Redmi stellt das Erbe einer dauerhaften Akkulaufzeit unter optimalen Bedingungen fest. Das Redmi Note 8 bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 2 Tagen, 23 Stunden. Das Redmi Note 8 wird mit dem Qualcomm Snapdragon 665 AI betrieben, der eine höhere Energieeffizienz bietet. Eine erheblich verbesserte Key-Leistung gegenüber dem Vorgänger. Last but not least bietet Redmi Note 8 den Lautsprecher für die automatische Reinigung. Es kann gegen Staub, Wasser und Flüssigkeiten mit niedriger Wisk-Rate Minute 8 48 Megapixel-Shot-Kamera, Holstar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017